Der Weltspartag 2019 trifft auf negative Zinsen. Das ist natürlich eine hervorragende Vorlage für Schlagzeilen aller Art, der Halloween für Sparer, Madame Lagarde als nächste Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die die Niedrig- und Negativzinspolitik weiter fortsetzen wird. All das natürlich eine Vielzahl an Möglichkeiten, um entsprechende Schlagzeilen zu produzieren. Aber was können wir Anleger uns wirklich sparen und worin sollten wir investieren? Ich denke, wir sollten es uns sparen, ständig die beste Aktie zu suchen oder den heißesten Investment-Trend. Das ist eine Verschwendung von Lebenszeit. Hier ist es vielleicht sinnvoller, in seine grundlegende finanzielle Bildung zu investieren. Wir können es uns vielleicht auch sparen, den einen Experten zu finden, der mit seiner Meinung den Crash vorhersagt, der glaubt zu wissen, wann welcher Trend endet, sondern wir sollten eher investieren in wiederholbare und vernünftige Prozesse, die uns dabei unterstützen, eine vernünftige Basis für unsere finanziellen Entscheidungen zu finden. Und dementsprechend in einer Welt, in der Sparen auch wie früher bedeutet, weniger auszugeben, als man einnimmt und investieren bedeutet, am Kapitalmarkt zu investieren, ein Risikoprofil zu finden, bei dem Chancen und Risiken der finanziellen Risikobereitschaft entsprechen, die eigene Meinung auch entsprechend reflektiert, ist es umso wichtiger, diese Prozesse zu beschreiben und wirklich nachvollziehbar darstellen zu können. Ich habe Ihnen hier eine Übersicht dargestellt, über den Weg, den wir für sehr sinnvoll halten. Sie sehen schon, eine Vielzahl von Themen wird berücksichtigt. Wir starten beim Ausgangspunkt eben der heutigen Vermögensbilanz, also einfach mal aufzuschreiben, welche Vermögenswerte habe ich, welche Verbindlichkeiten sind da, sich zu überlegen, welche Ziele habe ich eigentlich, welche Möglichkeiten möchte ich mit meinem Kapital schaffen, geht es um den vorgezogenen Ruhestand oder auch die Ausbildung der Kinder. Dann können Sie betrachten, wie das Kapitalmarktumfeld sich darstellt, also wie sind Zinsen, Renditen und Ertragserwartungen am Aktienmarkt und das können Sie abgleichen mit der finanziellen Risikobereitschaft, die ein Persönlichkeitsmerkmal darstellt und die man auf wissenschaftlich fundierter Basis messen kann. Abschließend die bestehende Vermögensstruktur, die Ihnen Klumpenrisiken aufzeigt, die uns klar macht, dass es egal ist, ob Sie in Investmentfonds, Zertifikate oder Versicherungen investieren, dass dies lediglich Verpackungen sind und immer die Vermögensklassen, die in dieser Verpackung sind, am Ende des Tages über Rendite und Risiko entscheidend sind und auch das darf man nicht vergessen, das Humankapital, es spielt eben doch eine Rolle, ob Sie ein 30-jähriger Anwalt sind, der sich gerade selbstständig macht oder ein 65-jähriger Beamter, der kurz vor der Pensionierung steht. Wenn Sie all diese Punkte zusammenwerfen, dann kommen Sie da in wiederholbare und nachvollziehbare Prozesse zu haben, dann kann Ihnen auch der Weltspartag egal sein, in diesem Sinne darf ich Ihnen einen schönen Abend wünschen, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.